ARD Text im Auftrag von funk Ja, das war einfach so. Ich hatte keine Motivation einfach und hatte auch gerade besonders jetzt keine Zeit, weil ich jetzt bald Abschluss habe. Nicht bald, aber ein paar Monate noch und dann beginnt langsam der Countdown. Und das wird eigentlich schon recht nice sein, weil bei mir läuft gerade in der Schule richtig, seitdem ich weniger am PC bin, weniger am Handy bin und so ein Scheiß, seitdem mache ich gerade bessere Noten. Um einiges besser. Bin unter der Map, das freut mich. Der Legolas. Oh, Gebel. So, und ich muss mich ein bisschen anspielen auch. So, warte, tack, 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 tack. Klaas Garden, keine Kiste. So, ähm, habe ich eigentlich ein paar Themen zu ansprechen? Nö, habe ich nicht. Ich habe einfach gesagt nach der Schule, yo, ich nehme mal auf und labere irgendeine Scheiße. Ja, GG. Ähm, was habe ich denn noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Ähm, ich labere jetzt einfach irgendeine Scheiße. Zum Beispiel, ähm, wow, was war das gerade? Auf jeden Fall, ähm, haben wir heute PCB Pro geschrieben. PCB, äh, so Physik und so ein Scheiß. Physik, äh, Biologie und Chemie. Ja, genau. Oh, Chunks sind zu niedrig, man, Alter. Und, naja, ist ein bisschen, äh, wir mussten über, äh, Schwangerschaften und so ein Scheiß, also Weiberscheiß, also richtigen Weiberscheiß. Boah, so, also richtigen Weiberscheiß. Alter, ich sollte mal kämpfen. Wieso? Warte, ja, kein Stick. Das freut mich. So, zack. Ich weiß nicht, soll ich jetzt weiter looten oder soll ich es spannend machen? Und so, ich, ich kämpfe hier. FNS gleich noch dazu. Jetzt habe ich meinen ersten Stick. Nice. 140 Blöcke, 130 Blöcke. Der kommt langsam auch zu mir, oder? Ja, langsam kommt er so zu mir. Ähm, ja, also, die Noten, wie gesagt, die sind brutal gut geworden. Außer in Englisch, da, minimal, aber, ja, man kann daraus nichts machen. Nochmal. So, wir öffnen ganz kurz Sachen. Zack, 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 zack. Weil, ernsthaft, ich habe so viel Crap. So. Aber der geht lang, der kommt immer wieder weiter weg von uns. Und deswegen, gehe ich mal jetzt angreifen, weil, ernsthaft, das wird langsam hier langweilig. Langweilig. Lang, 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 langweilig. Ähm. Äh, lülülül. Da ist eine Kiste. Vier. So, ach, fast zwei Level. Und, ähm, ich habe mir so überlegt, äh, was mein nächster PC so wird. Weil, es wird langsam Zeit, neuen PC anzuschaffen. Okay, da ist der nächste Spieler. Ähm. Oh, komm schon, komm schon. Nice. Der war richtig low, man. So. Da bin ich wieder. Ich habe einen ganz kurzen Cut gemacht. Oh. Ähm. Hilfe. So, jetzt. Ähm. Ich mache ganz kurz mein Eisenschwert und dann. Wird's topi top. Tipi top. Was war das gerade? Oh mein Gott, ich bin schwul. So, 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 so. Was war das wieder? So. Zack. Der hatte auch eine Award sogar. Ähm, ja. Er hatte ich jetzt. Mir fehlen noch ein ganz kleines bisschen. Dann hätte ich eine Award. Äh. Ähm. Verzaubertes Eisenschwert. Aber nein. So. Wir ordnen ganz kurz wieder Sache. Weil wir sammeln ja Crab. Und zwar richtig viele. Hm. Es bleibt hier. Zack. Zack, zack, zack. Ähm. So. Ganz kurz ordnen. Sorry, dass es. Aber es muss sein. Oh ne. Ich glaube das ist ein Team. Ja. Ein Team. Wo sind denn die? Das ist doch ein Team, oder? Der hat mich glaube ich nicht bemerkt. Doch. Hat er. Aber es juckt mich nicht. Ich bin natürlich der Power Girl. Die Power Girl, das Power Girl, der, die, das Power Girl. Wow. Alter, lass mich erstmal. Richtig nice Abstauber, gell? Aber es juckt mich nicht. Ich würde gerne den Frosty Stats mal angucken. Wer gibt dir mehr? Ich geb dir mehr. Wer ist hier der Schuchtel? Du bist der Schuchtel. So. Dann finde ich es mal ein bisschen verbessert. Verdammt, der ist genau. Fuck, der ist full Iron, man. Boah, Junge, staubt nicht ab, man. Staubt noch dumm ab, man. Nein. Mann. Ja, ich finde, das kann ich auch machen. Verdammt. Komm schon. Alter. Ich bin so angespannt. Bei mir gibt es irgendwie so Mini-Frame-Drop-Drop-Drop-Drops. Mini-Frame-Drops. GG. Oh mein Gott. Das war's mit der Runde. Und deswegen sage ich Tschöööö. Hat Spaß gemacht. Uuuchttt.